Oida, was geht ab Leute? Team Bobbelt hier. Heute mit einer weiteren Folge von der Fan-Challenge. Und zwar hat heute solche Achat 9-1-1 Gibi-Kollega herausgefordert. Er spielt Necros und Gibi-Kollega, wie ihr von unserem DM-Vlog vielleicht schon wisst, spielt Gravekeeper. Und viel Spaß beim Duell. E.S. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020